Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Souveränität und Gelassenheit zu Erfolg und Genuss. Für deine Souveränität und Gelassenheit, damit sie aufblühen darf, damit sie für dich da sein darf, damit sie dich durch dein Leben trägt, egal an welchem Punkt du gerade stehst, egal welche Herausforderungen du gerade zu meistern hast, die Souveränität und Gelassenheit sind schon längst in dir drin. Die müssen nur wachgeküsst werden, ehrlich gesagt. Ich mag nochmal an den ganz, ganz Anfang dich gerade für eine Minute mitnehmen. Als ich mich zum ersten Mal habe coachen lassen, war ich noch angestellt, super gestresst, angespannt und nach dem Coaching war im Außen alles genauso wie vorher, aber im Inneren war ich ruhig und gelassen und habe souverän meine Sitzungen gemacht und es war wie von innen gesteuert, wie von der inneren Ruhe. Da kommt dieser Satz her, mit Souveränität und Gelassenheit zu deinem Erfolg und Genuss und da kommt dieses Wissen her, dass ich mich immer wieder sage zu trauen, es ist alles schon in dir da. Coaching oder Begleitung oder Mentoring oder wie auch immer man das nennt, tut nichts in dich rein, tut nichts dazu, sondern es ist immer ein inneres Aufräumen und Wegräumen von Mustern, Programmen, wie sage ich es immer noch, Glaubenssätzen, Programmierungen, die wir so im Lauf des Lebens eingesammelt haben und die sich vor unseren inneren Kern aus purer Liebe, Souveränität, Gelassenheit, innerer Ruhe davor legen. Und genau darum geht es, das wieder zuzulassen, dieses Wissen, es ist alles in dir da und jede Anspannung, Stress, Angst, Aufregung, Schlaflosigkeit ist eigentlich in Anführungszeichen nur ein Trigger, der dir anzeigt, da ist ein Muster, ein Glaubenssatz, eine Programmierung, die weg kann, die jetzt reif ist, gesehen zu werden und aufgelöst zu werden oder neutralisiert zu werden, jedenfalls verabschiedet zu werden. Und darum geht es in unser aller Leben oder diese Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen, Programmierungen zu erkennen und uns die Zeit zu nehmen, einfach mal hinzusetzen und sie entweder selber zu lösen oder sich Hilfe zu holen und die Situation zu schildern und zu sagen, das kann weg, da ist was, was ich nicht mehr haben möchte. Und mittlerweile vergleiche ich das auch wie Zahnstein. Eines Tages schaust du in den Spiegel und denkst, ach, ich müsste mal wieder zur Dentalhygiene oder meldest dich halt an oder beim Haareschneiden, oh, jetzt sind sie zu lang, jetzt muss da wieder ein Schnitt rein. Und genau so ist es mittlerweile mit diesen Glaubenssätzen, Muster, Überzeugungen. Die Generationen vor uns hatten das noch weniger, da ging es ums pure Überleben, um andere Dinge auf dieser Erde, in der Energie, die diese Erde hat. Aber heute, in diesen Jahren geht es tatsächlich darum, bei sich selber hinzugucken und festzustellen, da stehe ich mir selber im Weg, da regt mich was auf, da fühle ich Angst, da bin ich getriggert, da bin ich, da habe ich eine zugeschnürte Kehle, da fühle ich mich klein, da mache ich mein Licht zu, da ziehe ich die Schultern ein und sich dann zu trauen, hinzustehen, zu sagen, und das kann weg, weil ich will in inneren Frieden, innerer Ruhe, Souveränität und Gelassenheit hinstehen und mein Leben meistern, das Leben meiner Träume führen. Und ein Satz, den ich immer wieder höre, natürlich vor allen Dingen auch in diesen Zeiten, das ist der Satz, das glaube ich nicht. Ganz unabhängig von der äußeren Situation oder Gegebenheit, wo er fällt, immer wieder kommt dieser Satz, das glaube ich nicht. Und auf irgendeine Art und Weise ist dieser Satz mir erstens mehrfach begegnet in letzter Zeit und irgendwie hat der was in mir zum Klingen gebracht, dass ich darüber nachgedacht habe, einen langen Spaziergang gemacht habe und irgendwie einfach darüber nachgedacht habe, warum berührt mich dieser Satz, warum wühlt der mich so auf, was finde ich an diesem Satz so furchtbar, überflüssig, unstimmig, unfriedlich und genau das will ich heute mit dir teilen. Also der erste Schritt ist, dass du dir gegenüber selber ehrlich sein darfst, sagst du diesen Satz selber auch. Oder vielleicht ist es dir bei anderen auch aufgefallen. Komisch, warum kommt immer dieser Satz, das glaube ich nicht. Und herkommen tut der Satz, also meiner Meinung nach, fühl einfach mal rein, ob sich das für dich stimmig anfühlt. Und das kommt meiner Meinung nach aus Zeiten, als Wissen noch ganz wenigen Menschen vorbehalten war, als Wissen Macht war, als Wissen eine ganz kleine Menschengruppe auf der Erde nur hatte und es ist so ein bisschen durchgesickert oder weitergegeben worden und dann waren die Menschen darauf angewiesen, das entweder zu glauben oder eben nicht. Oder? Aber sie hatten keinen Zugriff auf die Wissensdatenbank, sie hatten keinen Zugriff, das zu überprüfen, sie hatten keine Möglichkeit, das zu validieren und einfach für sich auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das heißt, es sind Zeiten, als Wissen noch der Kirche zum Beispiel vorenthalten war oder vorbeerhalten war. Und die Menschen waren darauf angewiesen, entweder dieses Wissen zu glauben oder sie waren ungläubig. Und dieses Ungläubigsein, das berührt was tief in uns drin. Das ist, das Gehirn ist ja, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in die Gehirnforschung, das Gehirn besteht aus drei Teilen und der innerste Teil ist das Reptiliengehirn, das sogenannte, das noch unverändert ist. Da sind die gleichen Musterprogramme drauf wie seit Jahrmillionen, oder? Das heißt, wenn man sich entschieden hat, ich glaube nicht die Geschichte, die ich gerade gehört habe. Ich bin also ungläubig. Da hat es sofort ein Label gegeben, das ist ein Ungläubiger. Und das war zu gewissen früheren Zeiten wie ein Todesurteil. Da wurde man aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das sitzt im Reptiliengehirn. Das ist nämlich das Überleben. Wir alle haben tiefe Programme in uns drin und die löschen wir gerade, wenn du das möchtest beim zuhören. Ganz tief in uns drin sind Programme, wenn ich dem Tribe nicht glaube, wenn ich die Geschichten nicht glaube, bin ich ungläubig und werde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Deshalb ist es für uns bis heute einfacher und wie unbewusst der Weg zu glauben. Das, was wir lesen, hören, was uns präsentiert wird. Oder? Weil es so ganz, ganz früher wirklich nur dieses Schwarz-Weiß gab. Es gab diejenigen, die geglaubt haben und die dann zur Gemeinschaft gehört haben, die versorgt waren, die sicher waren, die mit eingebunden waren. Und es war die Wahl, ungläubig zu sein. Und dann ist man außerhalb der Kirchenmauer zum Beispiel beerdigt worden. Dann hat man nicht dazugehört. Dann ist man auch nicht mit versorgt worden. Dann war man auch nicht in Sicherheit bei Überfällen oder Brandschatzungen oder sonst irgendwas. Und der Satz, das glaube ich nicht, den wir heute verwenden, ist davon ein Überbleibsel. Meiner Meinung nach. Ich lade dich ja einfach Podcast-Folge für Podcast-Folge ein, das einfach mal anzuhören und vielleicht zu übernehmen und mal drüber nachzudenken. Und einfach ist es immer wie ein Blumenstrauß, den ich anbiete, wo du dir selber raussuchen kannst, welche Blume nehme ich denn und welche nehme ich nicht. Der Unterschied zu damals, als wir glauben mussten, um dazuzugehören, versorgt zu werden, in Sicherheit zu sein. Zu heute ist, heute ist alles Wissen verfügbar. Es gibt nichts, was wir nicht nachschauen können. Dafür ist das Internet da, oder? Es ist alles Wissen verfügbar. Es hat unzählige verschiedene Kanäle, unzählige verschiedene Social Media, Apps oder Konten oder wie man es auch immer nennen will, wo ich mich informieren kann. Wo jeder Wissenschaftler einfach einen YouTube-Kanal aufmacht und seine Forschungsergebnisse berichtet oder aus seinem Alltag berichtet. Wo jeder sofort ein Facebook-Account aufmachen kann oder ein Rambler-Account aufmachen kann oder auf Telegram was eröffnen kann und da seine Wahrheit erzählen kann. Sein, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Einfach seine Erkenntnisse, seine Lebensweisheiten erzählen und berichten kann. Und es ist dann an uns, uns zu besinnen, dass wir gesunden Menschenverstand haben und dass wir Intuition haben, um diese Dinge beurteilen zu können. Und es gibt, das ist mir gerade in der Vorbereitung für den Podcast aufgefallen, dass es zum Beispiel so Instagram-Konten gibt, die einfach vom Fischen erzählen. Da in Nordamerika an den großen Seen oder im Pazifik. Und ich habe diese Konten kurz angeschaut und gedacht, ja, es ist wirklich alles verfügbar. Alles Wissen ist da. Es gibt kein Herrschaftswissen mehr. Das ist aus den Anfängen der Menschheit und aus den Anfängen der Weltreligionen. Dass es Herrschaftswissen gab. Heute ist wirklich alles Wissen da. Es ist verfügbar. Und es ist sogar in Wikipedia, in der Vision und im Mission Statement, alles Wissen der Menschheit zur Verfügung zu stellen und möglichst einfach zugreifbar zu machen. Und jetzt wissen wir alle, Wikipedia kann man sich registrieren und es hat ein gewisses Prozedere, dass man dort Einträge gestalten kann, also erstellen oder ändern kann, ergänzen kann. Es ist natürlich kein überprüftes Wissen. Das gibt es heute nicht mehr. Auch das ist wie ein Glaubenssatz aus dem tiefsten Mittelalter, dass es das Wissen gibt. Das kann es gar nicht geben, weil es so viel Forschung gibt und so viel Weiterentwicklung und so viel Vernetzung und so viel täglich Neues. Es gibt immer nur den Sachstand, den ich jetzt gerade habe. Und das erlebe ich mit dem Podcast wirklich Woche für Woche. Ich nehme ja immer frisch auf. Also ich produziere nicht, allein schon das Wort finde ich furchtbar, irgendwie zehn Podcasts hintereinander und lasse die Woche für Woche abspielen. Sondern ich gehe wirklich sorgfältig irgendwie durch die Woche und dann nehme ich die Podcast-Folge für den Freitag auf mit dem innigsten Wunsch, dass ich den Nerv der Zeit treffe, dass ich dir behilflich sein darf, dass ich einen Gedankenanstoß geben darf, dass ich irgendwie irgendwas weitergeben darf, was dir gerade nützlich ist. Und das fand ich da in der Vorbereitung so das Spannende, oder dass einerseits in meinem Alltag einfach dieser Satz, das glaube ich nicht, immer wieder kam, bis ich stutzig wurde und dachte, damit muss ich irgendwas machen, mal gucken, was sich entwickelt und sich daraus entwickelt hat, wo kommt der Satz eigentlich her. Das ist tiefstes Mittelalter. Das sind die Anfänge der Weltreligionen, die sogenanntes Herrschaftswissen hatten und das vielleicht weitergegeben haben, vielleicht eben auch nicht. Und die Bevölkerung war darauf angewiesen, zu glauben oder nicht zu glauben, während heute alles Wissen da ist und Wissen auch nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Wir haben so viel im Sprachgebrauch, sondern das ist immer nur das, was ich jetzt gerade für mich habe annehmen können. Also vielleicht geht es dir auch so ganz oft, lese ich Sachen und lese sie wieder und lese sie wieder und lese sie wieder und kann sie gar nicht annehmen. Und dann gibt es auf einmal einen Moment, da wird es zu meinem Aktivwissen, zu meinem Aktivwortschatz sogar. Da rutscht es wie etagenweise tiefer in mir. Man nennt es dann wie Embodiment, oder? Und es wird zu meinem, zu meinem Wissen, zu meiner Wahrheit, zu meinem Leben, zu meiner Welt, wie ich sie sehe. Und genau das ist das, was ich dir mit der Podcast-Folge so gern mitgeben möchte. Es ist alles Wissen verfügbar. Wir sind nicht mehr auf Herrschaftswissen angewiesen. Zeitungen haben eine Redaktion, die filtert. Fernsehprogramme heißen nicht umsonst Programme, sondern sie programmieren, was du denken oder wissen sollst, oder? Die Art und Weise, wie wir denken sollen oder wie wir unser Leben verbringen sollen. Deshalb hat es verschiedene Programme. Sportprogramm, Kulturprogramm, Do-it-yourself-Bastelprogramm, Kinderprogramm, die sind auf jeweilige Zielgruppen zugeschnitten, was die gerade beschäftigt, was die denken sollen, was die wissen sollen, wie sie in die Welt schauen sollen. Also da ist immer ein Filter drauf. Während in Social Media zum Beispiel bestimme ja ich, welche Kanäle ich aufrufe, ich bestimme, welche Konten ich anschaue und kann damit wunderbar meinen gesunden Menschenverstand trainieren und meine Intuition fühlen. Kann das sein oder nicht? Fühlt sich das an? Erhaben? Macht es mich größer? Schenkt es mir irgendwie Raum? Schenkt es mir Perspektive? Oder macht es mich klein? Lässt mich dumm dastehen? Schenkt mein Weltbild ein? Und verengt meinen Blickwinkel auf die Welt? Und deshalb bin ich wie zu dem Schluss gekommen, der Satz, das glaube ich nicht, wenn den jemand heute sagt, und ich habe das so die letzte Zeit dann beobachtet, dann meint das heute, das habe ich noch nie gehört. Oder es ist, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Oder es meint, ganz brutal gesagt, ich bin zu faul, mich darum zu kümmern. Und dann sage ich einfach, das glaube ich nicht. Statt mich hinzusetzen und zu recherchieren. Statt mich selber hinzusetzen und mich zu informieren. Oder? Oder ich habe auch den Satz beobachtet, dann meint er, davon will ich nichts wissen. Und weil das vielleicht ein bisschen hart ist, wenn man das seinem Gegenüber sagt, verwenden manche den Satz, das glaube ich nicht. Statt zu sagen, du, es interessiert mich nicht. Ich habe mein Bild gemacht, ich gehe so und so, ich entscheide so und so, oder? Und es geht nie um richtig oder falsch, sondern es geht darum, achtsamer zu werden, weil wir sind im größten und intensivsten Achtsamkeitstraining, das die Welt je gesehen hat. Die Achtsamkeit wird jeden Tag tiefer und feiner und feiner und feiner und feiner. Und mit Achtsamkeit wird das Bewusstsein feiner. Wir glauben nicht mehr die Dinge, die wir letztes Jahr noch geglaubt haben. Wir sehen die Welt nicht mehr so, wie wir sie vor zwei Jahren gesehen haben. Das meine ich damit, wenn ich sage, es ist so ein Achtsamkeitstraining. Achtsamkeit, was lasse ich an mich ran? Womit beschäftige ich mich? Was ist für mich Information? Von wem lasse ich mich informieren? Von wem hole ich mir Informationen, oder? Und das ist alles da drin in diesem Satz, das glaube ich nicht. Das ist diese ur-ur-ur-alte Prägung aus den Anfängen der Weltreligionen die uns Menschheit erzählt haben, sie hätten besonderes Wissen und so tröpfchenweise hat man uns da ein bisschen was weitergegeben. Und dann konnten wir das entweder glauben oder wir sind Ungläubige gewesen, wenn wir diese Geschichten nicht geglaubt haben und wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. In heutiger Zeit gilt das nicht mehr. Alles Wissen ist da. Alles Wissen ist verfügbar. Alles Wissen findet sich irgendwo in einem der vielen Kanäle. Wenn es mich interessiert, dann bin ich eingeladen, mich hinzusetzen und bewusst die Entscheidung zu treffen, dazu möchte ich mehr wissen, dazu informiere ich mich jetzt. Und der Satz, das glaube ich nicht, den gibt es nicht mehr, weil das Wissen alles verfügbar ist. Also ich hoffe, dass ich nicht zu krass in dieser Podcast-Folge war, aber es ist mir so ein Anliegen. Es ist jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Wochen, begleitet mich das, dass ich irgendwie dachte, ich muss da irgendwie das aufbereiten. Ich muss da wie noch mehr Klarheit für mich reinbringen, damit ich das dir schön präsentieren kann und dich einladen kann. Achte mal auf dich selber. Wann verwendest du den Satz, das glaube ich nicht und was meinst du damit wirklich? Und hör bei anderen zu, wenn sie sagen, das glaube ich nicht, was meinen sie damit wirklich? Hinterfrags, hör hin, schul die Achtsamkeit, schul deine Intuition. So ist es, wie wir schiften. Die ganze Menschheitsfamilie, acht Milliarden Menschen, schiften in ein neues Bewusstsein. raus aus dem groben oder gröberen Bewusstsein, von der dritten Dimension nennt man das, man muss es aber gar nicht labeln, sondern einfach raus aus dem alten, groben Bewusstsein rein in ein ganz feines, edles Bewusstsein. Und diese feinen, edlen Bewusstseinsfrequenzen, es ist alles Energie und diese Bewusstseinsfrequenzen, in die wir reinschiften, die im Übrigen ja auch schon alle da sind, das sind tiefe Liebe, purer Frieden, reine Wertschätzung, purer Respekt, Wissen, dass wir alle eins sind und dass jeder seinen eigenen, individuellen Weg hat und da einfach Erfahrungen macht. Es braucht keine Bewertung, es braucht kein Fingerpointing oder sonst irgendwas, sondern das ist das Energiefeld, in das die Menschheit sich reinbewegt. Das ist das Energiefeld, das die Menschen jeder für sich neu annehmen. Das Alte abschütteln, das Alte meint Neid, Hass, Missgunst, Macht, auch unterwerfen, oder Fremdbestimmung, sondern für sich hinzustehen, die eigene Wahrheit zu sprechen, die eigene Wahrheit zu leben und die True Power in sich zu spüren und Schritt für Schritt da reingehen. Raus aus alten Programmierungen, das tut man nicht, das macht man nicht, was sollen die anderen denken. Raus aus Anpassung, aus alten Glaubenssätzen, Mustern, Programmierungen, rein in wirklich einfach, friedlich, auf dieser Erde sein, vor sich hin leben und seine Erfahrungen machen, auswählen. Welche Erfahrungen möchte ich denn machen? Was möchte ich erleben? Was möchte ich erfahren? Was möchte ich fühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Und dabei hilft es, wirklich bei sich zu bleiben und bei sich achtsam zu sein. Wann verwende ich den Satz, das glaube ich nicht. Und wann meine ich damit in Wirklichkeit, oh, das was du sagst, das ist schmerzhaft, da will ich gar nicht hingucken. Oder davon will ich nichts wissen. Oder davon habe ich noch nie was gehört, das ist ja unfassbar, das kann ich gar nicht fassen, das kann ich gar nicht halten, diese Energie, oder? Oder damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Also da werden wir achtsamer und achtsamer und achtsamer und so Totschlagssätze aus der Vergangenheit, die in diesem alten, mittelalterlichen Glauben entstanden sind, in dem alten Bewusstsein, entweder ich glaube oder ich bin ungläubig, die können weg. Genau, also, ich lade dich ein, bei dir über die Bücher zu gehen, zu hören, den Schritt mitzumachen in mehr Achtsamkeit, in tiefere, feinere Achtsamkeit und Bewusstseinsebenen. Und vielleicht magst du unten in die Kommentare reinschreiben, wie es dir damit geht, ob ich dich damit in flagranti erwischt habe bei dem Satz, das glaube ich nicht, ob du ihn bei anderen auch schon wahrgenommen hast, vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Lass es mich super gerne wissen und schreib es unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, schön, dass du dabei warst. Danke, dass ich dich inspirieren darf. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit Beobachtung, mit immer feineren Achtsamkeit, immer feineren Bewusstsein. Das ist das, wo wir reinschiften. Das ist das, worin es gerade auf einer ganz, ganz hohen Ebene raus aus dem ganzen Alltagskampion geht. Dass wir in the greater way sind und die Menschheit erwacht. Bewacht aus genau diesen Glaubenssätzen, Programmens glaube ich nicht oder ich bin ungläubig und nicht ungläubig, werde ich jenseits der Mauer beerdigt, bin nicht sicher. Du bist immer sicher und geschützt. Du bist nicht auf Glauben angewiesen, weil alles Wissen ist frei. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, ganz herzliche Grüße. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Nadja. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.